Willkommen Werder-Fans, wenn ihr keine Neuigkeiten aus erster Hand über Werder Bremen verpassen wollt, abonniert jetzt den Kanal, wir sind aufmerksam auf die neuesten Werder-News. Hier haben sie immer den Überblick. Werder Bremen hat sich am 20. Spieltag der Bundesliga trotz einer Heimniederlage gegen Borussia Dortmund in der oberen Tabellenhälfte gehalten. Bei aktuell 10 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz wäre sehr überraschend, müsste sich der Aufsteiger noch ernstlich mit dem Abstiegskampf befassen. So dürften die Planungen für den Sommer als Erstligist gedeihen. Die Hanseaten wollen dabei einen nächsten Schritt machen. Wir wollen uns als Verein weiterentwickeln. Dazu gehört auch, dass es im Sommer Veränderungen in der Mannschaft geben wird, um nicht nur die Qualität zu erhöhen, sondern um neue Reizpunkte zu setzen, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen, zitiert Sportbild Frank Baumann dazu. Der Sportchef und seine Kollegen aus der Werder-Führungsriege haben das Ziel, Bremen wieder als Bundesliga-Standort zu etablieren und schielen langfristig sicher auch nach Europa. Lasst jetzt euer Like auf diesem Video da, es ist sehr wichtig, damit ihr keine Neuigkeiten von Werder Bremen verpasst, die wir hier auf dem Kanal veröffentlichen. Weiter geht's! Zur neuen Saison soll ein gesteigerter Etat für die Profiabteilung die nächsten Entwicklungsschritte ermöglichen. Höhere Sponsoring-Einnahmen und mutmaßlich TV-Gelder oberhalb der eigenen Kalkulationen erweitern laut des Magazins den Spielraum, nachdem aktuell rund 33 Millionen Euro für die Bundesliga-Mannschaft aufgewendet werden können. Eine hohe Priorität hat dabei neben der Verstärkung der Mannschaft auch die weitere Zusammenarbeit mit zwei der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Torjäger Niklas Füllkog soll unbedingt gehalten werden, weshalb ihm Werder laut des Berichts einen neuen Vertrags zu erhöhten Bezügen anbieten will. Zudem soll Aufstiegstrainer Ole Werner langfristig unterschreiben. Aktuell steht der erfolgreiche Übungsleiter nur bis Saisonende unter Kontrakt, eine automatische Verlängerung im Falle des Klassenerhalts würde ihn nur um eine weitere Saison an Bremen binden. Beiden Erfolgsgaranten will Werder eine gute Perspektive aufzeigen. Und dann grün-weißer Fächer, was denken Sie? Schreibt es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unseren Werder Bremen. Bleiben Sie dran, denn Sie werden jederzeit mit den neuesten Nachrichten von unserem Team auf dem Laufenden gehalten.